Der Sommer ist noch nicht vorbei und Corona kehrt zurück. Die ersten warnen, andere fordern schon die Maske und längst vergessene Namen, sie tauchen wieder auf. Warum? Haben wir wirklich so wenig gelernt aus den letzten Jahren? Dabei hat das Virus längst seinen Schrecken verloren. Fast alle hatten Kontakt mit SARS-CoV-2. Die Pandemie ist offiziell beendet, die meisten haben Abwehrkräfte. Allerdings, Corona war nie weg und wird nie mehr verschwinden. Das wissen auch kritische Experten und raten zur Gelassenheit. Richtig so. Corona ist jetzt eine normale Krankheit. Eine, die immer da ist. Im Sommer weniger, im Winter mehr. Das ist normal für Erkrankungen der Atemwege. Kein Grund zur Aufregung. Wer jetzt schon wieder warnt und alte Maßnahmen fordert, hat das nicht begriffen oder will es nicht begreifen. Vielleicht auch, weil nie eine umfassende Aufarbeitung erfolgt ist. Viele haben sie gefordert. Umgesetzt wurde wenig und das auch noch wenig deutlich. Was war gut, was schlecht, was überflüssig, was schädlich. Solange wir das nicht ganz genau wissen, sollten wir eines nicht tun. Alte Fehler wiederholen und Angst zu verbreiten, war der schlimmste von allen. Lass uns damit bitte nicht wieder anfangen.